Eure Vierge Oh, das ist ein fantastischer Schuss! Das ist ein verdammter Schuss! Dave Witherell, auf seiner rechten Seite, er hat ein verdammter Vorhand-Topspin gefiel, er kam tief, er hat nur auf den Boden fallen und er hat den Boden gelegt! Was ist fantastisch! Spielte und nur mit 15 zu 13 im Entscheidungssatz unterlag, das war eine absolute Weltklasse-Partie. Für mich bisher hier die beiden Topspieler des Turniers. Vielen Dank. Oh! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.